Nach einer erneuten kontroversen Debatte in der gut besuchten Stadtratssitzung konnten die Diskothekenbetreiber in Deckendorf aufatmen. Ab Donnerstag haben folgende Lokale an den jeweils beantragten Tagen länger offen. Kings, Freudenhaus, Siva und Sems Bar bis 4 Uhr, Irish Pub und Clip bis 3 Uhr. Abgelehnt wurden die Anträge der Betreiber von C2, Relax, Arum, Deluxe, El Toro, Cape und Alcedo. Mit 32 zu 7 Stimmen wurde Tagesordnungspunkt 1, der Antrag der SPD, abgelehnt. Die Fraktion hatte zusammen mit den Users gefordert, dass alle Lokale in den Nächten von Samstag auf Sonntag bis 5 Uhr öffnen dürfen. In allen anderen Nächten sollte die strikte Speerzeit gelten. Diese Lösung fand jedoch keine Mehrheit. Vielmehr erntete die SPD mehr Kopfschütteln als Anerkennung.